Happy Morning in the Morning, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, ich habe diesen Kanal in den letzten Wochen, Monaten vielleicht sogar sehr vernachlässigt, weil einfach auch sehr, sehr viele Dinge hier geschehen bei mir. Natürlich alle nur im Positiven mit vielleicht auch einem negativen Hauch, der aber halt nun mal dazu gehört, um das Negative überhaupt anzunehmen und annehmen zu können, weil man es halt auch erst sehen und fühlen muss. Und leider, leider, leider brauchen wir auch immer irgendwo ein leidiges Thema im Außen, um halt die Erfüllung dafür im Innen zu bekommen. Und so ist es halt nun mal leider. Und deswegen hat halt hier auch jeder seine Themen. Und die sollten auch immer, immer, immer Priorität haben, weil es gibt nichts Wichtigeres. Und es ist übrigens auch die Lernaufgabe eines jeden hier auf dieser Erde, in dieser Inkarnation, seine inneren Themen als Priorität zu setzen. Ja, wir bekommen unsere Themen halt auch immer durch den anderen, welches meistens der Herzensmensch ist, gespiegelt. Aber im Grunde genommen durch alle Menschen, weil wir sind alle eine Seelenfamilie und mit den Menschen, die unmittelbar um einen herum sind, also die Familie oder die allerbesten Freunde, mit denen man sehr viel Zeit verbringt, sind auch immer eine Summe dessen, was in dir vorgeht, was in dir sitzt. Und wie gesagt, es sind alles Spiegel, die einem unbewussterweise oder auch bewussterweise darauf hinweisen möchten, welches Thema gerade ansteht, welches Thema geheilt wird. Da die meisten Menschen halt auf einen, ja, auf einen Beziehungspartner fokussiert sind, dann ist er auch immer irgendwo der Spiegel für das aktuelle Thema, welches gerade sich zeigt und geheilt werden möchte. Wir schauen in die Karten, um welches Thema es sich aktuell handelt. Im Kollektiv, das möchte ich noch dazu sagen, haben wir jetzt gerade sehr sensible Energien, das heißt auch Themen, die sich jetzt zeigen möchten, die im Unterbewusstsein sitzen, die hochkommen möchten, die ins Bewusstsein kommen möchten. Diese Themen haben wir zwar eigentlich immer, aber jetzt sind sie gerade verstärkt um uns herum im Kollektiv. Das heißt, umso sensibler man auf ein bestimmtes Thema reagiert, kann man davon ausgehen, dass ein unbewusstes Thema anklopft und geheilt werden möchte. Wir sehen schon hier mit den Acht der Schwertern, die Acht der Schwerter, die Hauptkarte, die Hauptenergie und hier auch gleich mit dem Hauptthema beziehungsweise der Essenz des Themas ist Neuausrichtung, neue Fokussierung, an Neuem dranbleiben, an neuen Erkenntnissen dranbleiben, an neuen Fähigkeiten, die man vielleicht erkannt hat oder erarbeitet hat oder herausgefunden hat, dran zu bleiben, weil hier ereignen sich auf jeden Fall mega neue Dinge. Aber man braucht halt eben auch Willenskraft und, ja, ich würde sagen Prinzipien. Ja, man muss seine Prinzipien fokussieren. Man muss auch sein, wie soll man sagen, wie heißt das Wort, mir fällt es gerade sicher, seine Priorität nochmal genau anschauen, um halt, wie gesagt, eine aufmerksame, Energiefolge der Aufmerksamkeit und sich hier anschauen, was ist eigentlich meine Priorität und was mache ich tatsächlich davon und wenn ich dann weiß, was meine Priorität ist, ist es natürlich sinnvoll, da dran zu bleiben, da am Ball dran zu bleiben. Ja, das ist die Hauptenergie, die Hauptessenz, weil das ist so die eigene, Eigenverantwortung übernehmen, die eigene Macht über sich selber wieder zu gewinnen, weil womöglich hier auch andere Mächte im Spiel waren, bei der einen oder anderen Person, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber, da fühlst du dich selber rein. Ich rede jetzt einfach mal, solange ich keinen anderen Impuls habe, in der Duo-Form spreche ich dich persönlich an und wenn ich halt einfach so ein energetisches Gefühl habe, dann switche ich sowieso automatisch um auf ihn und so lange bleibe ich einfach hier beim Duo. Ja, die Acht der Schwerter ist eine Konsequenz, also das Ergebnis einer Konsequenz von einem Verhalten, welches einem entweder selber noch gar nicht bewusst war, bekannt war und man aber auch unfähig ist, es zu klären, darüber zu reden oder es anzusprechen. Und hier gibt es jetzt sozusagen die Chance und die Möglichkeit, das zu ändern, ja, entweder weil man mit einer bestimmten Person darüber spricht oder weil man hier in die Handlung kommt, in die Handlung geht und meinetwegen etwas tut, um die Fronten zu klären, um die Situation zu klären, um das Gesagte, Gemachte oder um was auch immer es geht bei euch oder bei dir zu klären, ja, in die Handlung zu gehen, etwas dafür zu unternehmen, etwas zu machen. Die Chancen sind da, aber nur man traut sich nicht so wirklich, man wägt ab, soll ich, soll ich nicht, man traut sich einfach nicht, ja. Aber wenn du es schaffst, hier was zu verändern, beziehungsweise wenn du in den Mut kommst, es geht auch hier um Mut, ja, dass du jetzt sozusagen die Möglichkeit auch hast, dir an den, ja, dir den Mut zu geben oder in den Mut zu kommen, wie soll man das sagen, und dann auch da dranbleiben, weil hier geht es um mehr, ne, hier geht es um ein Thema, hier geht es um Verletzungen, die geheilt werden möchten, die gesehen aber auch erstmal möchten, ja, die gesehen werden möchten, um sie dann halt eben auch zu heilen und dafür geht es auch um Veränderungen, ja, es geht um Leidenschaft, Veränderungen, Mut und das dann auch durchzuziehen, ja, also erstmal hier dran zu bleiben, es durchzuziehen und hier liegt auch die Essenz des Durchziehens ist halt, man hat sich zum Beispiel etwas vorgenommen, man hat hier Dinge rausgefunden, man hat neue Wege eingeschlagen, aber man tut sich schwer mit dem Durchhaltevermögen beziehungsweise damit nur wirklich dran zu bleiben oder halt man muss sich immer wieder neu aufrappeln, vielleicht lässt man sich einfach zu schnell fallen und sagt sich, boah, nee, doch kein Bock ist mir doch zu anstrengend, ich lasse mich lieber hängen oder gehen, ich bin mal gespannt, was hier für Klärungskarten kommen, ich bekomme da schon den ein oder anderen Impuls, ich kann mir schon vorstellen, welche Karte hier fällt, weil hier liegt halt eben auch die Fremdeinwirkung beziehungsweise die fremde Macht oder halt das traditionelle Denken oder halt Glaubenssätze, die immer wieder auch dazwischen krätschen und verhindern wollen, dass man halt hier wirklich, was heißt verhindern wollen, ich habe jetzt auch wieder voll unkontrolliert geredet, aus meiner Energieebene heraus, aber so weit oben, von so weit oben will ich jetzt auch nicht herunter, aber da sind halt Glaubenssätze, Erziehungsmuster, frühere Überzeugungen, alte Überzeugungen, die einen ja auch erst in diese Situation gebracht haben, das heißt, man hat sich hier vielleicht auch manipulieren lassen, man hat hier eine Situation, eine Konsequenz herbeigerufen, eine Situation unbewusst herbeigezogen, was eine gesunde Konsequenz aus dessen ist, was einen hier in der Vergangenheit manipuliert hat oder an Glaubenssätzen, die dir nicht mehr dienlich sind, einfach dafür gesorgt haben, dass hier eine Situation entstanden ist, die für dich zwar jetzt gefühlt sich nicht gut anfühlt, aber die dir auch eine Botschaft hinterlässt, nämlich, inwiefern hast du hier falsch oder unbedacht gehandelt, beziehungsweise diese Konsequenz ist auch immer ein Hinweis dessen, dass es hier was zu klären gibt, wo dir aber vielleicht auch der Mut fehlt, welches dich nämlich daran hindert, hier weiterzumachen, wo du mal angefangen hast. So, jetzt mache ich hier, guck mal, oha, 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 hier geht es um die Liebe und um dein Gegenüber, egal ob du jetzt männlich oder weiblich bist oder wir gehen einfach in seine Energie rein, im Grunde genommen ist es egal, aber hier wäre jetzt wieder so eine Stelle, wo ich sagen würde, da fließe ich jetzt wieder in seine Energie rein, weil hier geht es um Liebe, hier geht es um die Beziehung, wenn du keinen Partner hast oder keinen Herzensmensch hast, dann bezieht sich dieses Orakel bei dir auf vielleicht frühere gescheiterte Beziehungen und das Thema da drauf oder die Tatsache, warum du eventuell Single bist, ja, also, du bist jetzt davon nicht ausgeschlossen, von diesen Energien, weil im Grunde genommen sind es ja nur Energien, die der Kartenleger quasi versucht, in Worte zu übermitteln, und nochmal jetzt darauf zurückzukommen, wo ich jetzt vorher war, dein Herzensmensch hier in der Liebe zu dir, da ist etwas geschehen, wo er jetzt eine Konsequenz daraus tragen muss, weil diese Konsequenz hat zur Trennung geführt und er jetzt halt logischerweise darunter leidet unter dieser Trennung und es auch ein aktives Thema bei ihm ist, also er denkt darüber nach, er ist da voll im Gefühl damit und hängt also noch in dieser Energie, was da passiert ist, was zur Trennung geführt hat und versucht sozusagen jetzt in den Mut zu kommen und diese Möglichkeiten gibt es jetzt gerade oder die Chancen und die Möglichkeiten, aus dieser Trennung rauszugehen, indem man sich bewegt quasi, ja sozusagen, indem man sich auf den anderen zubewegt oder indem man in die Handlung geht, ja, dass man etwas macht sozusagen und nicht die Situation einfach hier so belässt und sich denkt, naja gut, okay, ist halt so passiert, ich habe eine Konsequenz erhalten, muss ich halt damit leben, ist halt leider so, ich bin halt so ein armes Opfer, dass ich da jetzt nichts machen kann, nein, es geht darum, in die Handlung zu gehen, sich die Situation anzuschauen, aufzustehen und das Gespräch zu suchen oder einfach in die Handlung zu kommen, wenn es hier um eine Situation geht, die einfach, wo der Drops schon gelutscht ist, dass man hier auch wieder aufsteht und weitermacht, ja, weil hier wurde etwas begonnen auf einer sehr tiefen Gefühlsebene, Gefühlsebene, also man sieht ja schon, es geht hier wirklich um eine sehr, sehr tiefe Seelenverbindung zu jemandem, wo auch viele tiefe Gefühle geflossen sind, Emotionen geflossen sind, eine sehr harmonische Beziehungsverbindung, wenn auch das jetzt nicht so diesen Status Beziehung hatte oder so, aber hier ist viel geschehen, ja, hier ist viel verändert worden, hier ist viel bewegt worden, auch gerade in Bezug auf Glaubenssätze, man hat hier tiefe Themen angeschaut, man hat hier auch tiefe Gespräche gehabt, das Leben hat sich auf einer tiefen Ebene verändert, ja, aber jetzt schauen wir mal, was die letzte Karte hier sagt, als Klärungskarte, da haben wir schon wieder der Klee, die Trennung und die Handlung, vielleicht hat man hier zu schnell oder zu viel was gemacht oder getan oder gesagt, welches einem Mutterthema zugrunde liegt, ja, oder einfach zu schnell, zu unbedacht, zu kaltherzig, guck mal, ich habe hier die unterste Karte auf dem Deck, die will ich dir zeigen, die vier der Münzen ist gerade, auch wahrscheinlich durch das Kollektiv, eine Karte, die sehr, sehr oft fällt zur Zeit, und wenn ich mir die Karte anschaue, dann sehe ich dieses Festhalten an Glaubenssätzen, das Festhalten an bisherigen Überzeugungen, die einfach nicht mehr dienlich sind und hier habe ich auch aus dem untersten Deck D-Schlange und die feste Verankerung, also einmal sieht man hier, dass hier zwei Menschen auf einer tiefen Ebene fest verankert sind, aber man sieht halt eben auch Ego-Themen, die da reingekrätscht haben, weil man hier vielleicht auch durch die Glaubenssätze in diesem Gefühl war, ja, ist halt so, muss ich ertragen, muss ich ja dulden, kann man nichts machen nach dem Motto, ja, kann man halt nichts machen, ist halt so, dann ist hier etwas passiert, woraus derjenige eine Konsequenz gezogen hat, und Konsequenzen sind immer was Positives, denn Konsequenzen zeigen immer, hier ist was, also eine Konsequenz ist ja nicht immer was Negatives, ja, wenn ich mich angestrengt habe, um was zu erreichen und ich habe dann was erreicht, dann habe ich eine positive Konsequenz und wenn ich jetzt, wenn die Konsequenz sich negativ anfühlt, dann ist da auch ein Thema dahinter, welches auf Verletzungen beruht, auf Gefühlen beruht, auf Emotionen beruht und hier mit der Schlange ist halt dieses Indiz, dass es hier um ein Mutterthema geht, beziehungsweise ein rationales Thema, hier hat jemand unbedacht, rational, kühl, kalt, abwertend, in Bezug auf ein ungeheiltes Mutterthema reagiert, beziehungsweise aus einer alten Überzeugung heraus, aus einer alten Art und Weise heraus, wo man in dem Moment, ja, vielleicht unachtsam war oder sich selber nicht kontrolliert hat, wie auch immer und daraus ist die Konsequenz der Trennung entstanden, ja, und jetzt geht es darum, aus dieser Konsequenz und dieser Trennung was zu machen, was macht man daraus, man überlegt, man schaut mal nach innen, ja, man schaut, man fühlt sich da rein, was wurde gesagt, was wurde getan, hat, ne, einfach, man reflektiert die Situation sozusagen, so, weil, es geht hier um eine Verbindung zu einem Menschen, mit dem man sich fest verankert fühlt, mit dem man sich tief verbunden fühlt und auch extrem harmonisch zugehörig, familiär harmonisch, also da geht es einfach um mehr, aber es geht auch darum, mit sehr viel Willenskraft hier am Ball zu bleiben, dran zu bleiben, auch wenn es schwer fällt und das ist auch der größere Aspekt. So, jetzt haben wir hier nochmal die Bestätigung, guck mal hier, der Grund der Konsequenz ist hier mit den fünf der Stäben, so eine Art Rebellion, ja, die man in sich hat, da hat sich jemand darüber gestellt, da hat sich jemand ein Urteil erlaubt, weil man sich gekränkt oder verletzt oder bevormundet gefühlt hat, genau, bevormundet trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt, weil, wenn man sich bevormundet fühlt, hat man noch ein ungeheiltes Thema hier, weil die Schlange steht ja auch immer für eine Entfaltung, für ein Wachstum und auch für eine Heilung, beziehungsweise, was hier noch nicht geschehen ist, aber, durch den Klee kann man halt hier sehr gut sehen, dass hier schon viel geschehen ist, aufgrund von einer sehr schönen, intensiven Verbindung sozusagen, auf tiefen Ebenen und Beziehungen, und man sieht auch hier das Herz, das heißt, es geht hier wirklich um Liebe, es geht um Wahrhaftigkeit, es geht um wahrhaftige Liebe, wo aber hier einer von beiden einfach noch innerlich mit sich selber im Clinch ist, ja, man hat hier noch eine Spaltung im Herzen, durch Ego-Themen, durch Verletzungen, durch Traumas, wo man hier noch dazu neigt, zu schnell zu rebellieren, und oder zu schnell dazu neigt, die Flinte ins Korn zu werfen, sobald es ungemütlich wird, ja, aber es geht halt auch darum, durch die Konsequenz, jetzt zu erkennen, ich muss jetzt da was tun, ich muss jetzt kämpfen, beziehungsweise nicht kämpfen, ist vielleicht auch an dieser Stelle das falsche Wort, weil man muss ja nicht um etwas kämpfen, es gehört einem sowieso nichts, aber man kämpft sozusagen gegen sein eigenes Ego sozusagen, oder gegen dieses Thema, welches hier noch nicht ausgereift ist, oder sich entwickelt hat, oder transformiert wurde, und jetzt haben wir an dieser Stelle hier eine interessante Konstellation, hier haben wir nämlich den, den Teufel, der für die Süchte steht, ja, vielleicht geht es hier bei dem einen oder anderen um Suchtthemen, immer wieder zurückzufallen, immer wieder abzuknicken, wegzufallen, das ein oder andere Mal die Kontrolle über sich selber zu verlieren, und ich rede jetzt nicht von der Kontrolle, die aus dem Verstand herauskommt, sondern ich rede von der Kontrolle über sich selbst, über die Situation, und der Kontrolle darüber, sich kontrolliert zu verhalten, wenn dem anderen gegenüber, wenn man selber zum Beispiel getriggert wurde, wie auch immer, wird jetzt dem Herzensmenschen bewusst, beziehungsweise er versteht langsam, beziehungsweise, was heißt langsam, eigentlich schnell, weil es ist ja sozusagen die rasante Energie, ihm wird jetzt sozusagen bewusst, was das, was geschehen ist, ausgelöst hat, beziehungsweise warum es das ausgelöst hat, und er versteht auch, dass er hier die Kontrolle über sich verloren hat, welches dann halt eben zu dieser Trennung geführt hat, oder was die, das Resultat, oder die Konsequenz war, war dann auch die Trennung, weil man hier zu schnell gehandelt hat, aus dem Schmerz heraus, aus der Verletzung heraus, oder auch aus einer inneren Wut heraus, weil man da vielleicht noch nicht so schnell an sein Ziel rangekommen ist, was man gerne gehabt hätte, weil diese Karte steht einfach für dieses Rebellieren, ja, und durch dieses Rebellieren ist halt sozusagen eine Trennung, ist die Trennung geschehen, und es wird aber einem jetzt auch bewusst, und jetzt gibt es durch das Kollektiv, und wahrscheinlich auch durch die Energien sozusagen, weil wir haben nämlich genau diese Fischenergie im Kollektiv, das heißt, es geht um unbewusste Themen, es geht um Gefühle, und eine interessante Karte an dieser Stelle, mit den Glaubenssätzen, geht es auch darum, inwiefern man noch an Glaubenssätzen festhält, die einem selber nicht mehr dienlich sind, denn diese haben halt eben auch zu diesem Ergebnis geführt, ja, so, das wird einem jetzt bewusst, und jetzt gibt es sozusagen die Chancen und Möglichkeiten, hier auch Gespräche zu führen, etwas zu klären, Dinge zu klären, aber auch den Mut zu haben, hier etwas zu klären, und über seinen eigenen Schatten auch zu springen, ehrlich etwas zu klären, wirklich ehrlich, ohne Hinterlässigkeit aber auch, ja, das bedeutet, nicht durch die Blume herum zu sagen, ja, du, hast du vielleicht heute mal Zeit, oder, oder wie sieht es heute aus, sondern, dass man wirklich aktiv und völlig klar gesteuert ein Gespräch sucht, ja, wo man wirklich sagt, hey, lass uns mal darüber reden, was ist da passiert, dass man den Mut hat, etwas direkt zu klären und nicht durch die Blume zu machen, vielleicht hat man es sogar schon das eine oder andere Mal durch die Blume gemacht, wenn ich mir diese Kartenkonstellation mit dem Klee und der Schlange angucke, hat man es vielleicht schon ein paar Mal versucht und es hat vielleicht nicht gefruchtet, weil es nicht ehrlich war, ja, und somit ist es halt im Sande verlaufen, weil die Fünf der Stäbe, Schwerter steht ja auch für diese Streitenergie, ja, für diese Streitenergie und auch hier mit den Fünf der Stäben, da hat halt jemand versucht, sein Ego durchzubringen und aber auch aufgrund von Verletzungen sein Ego hervorzubringen, ja, weil Ego ist Verletzung, zumindest auch hier nochmal und dadurch hat man dann halt hier nicht schön gehandelt oder nichts Schönes gesagt, nichts Schönes gemacht, was dann halt eben die Konsequenz der Trennung auch war und hat bis jetzt, ja, noch nicht den Mut gehabt, hier ein ehrliches, konstruktives Gespräch zu führen. Ja, man sieht es auch hier, hier muss noch ein Thema geheilt werden, hier sieht man noch Verletzungen und man sieht auch hier den Rückzug, das heißt, jetzt wo gerade gar nichts geht, ist einfach noch eine Zeit der Heilung, damit man hier wieder weiter in die Kraft kommen kann, in die Stärke kommen kann und mit der Willenskraft halt eben auch weitermachen kann, weiter in die, ähm, seinen Weg gehen kann und guck mal hier, wow, habe ich zwei mega, mega Karten, weil ich auch jetzt hier die unterste und die oberste Karte genommen habe, die von den anderen beiden Decks und da habe ich die Heilung und ich habe den, den, den hohen Priester, die hohe Priesterin hier sozusagen, das heißt Heilung im Gefühlsleben, Heilung, ähm, mit, äh, unbewussten Themen, und ich denke auch, dass hier geht es um, ja, um Verzauberung, hier ist einfach sehr viel entstanden in einer Verbindung oder Beziehung zu einem bestimmten Menschen, es hat viel ausgelöst, eine besondere Beziehung unter einem guten Stern, die auch sehr intensiv an Gefühlen war, ähm, ja, vielleicht auch eine spirituelle Verbindung, Beziehung, je nachdem, aus welcher Bewusstseinsebene du jetzt hier zuschaust, ja, ähm, aber, es kommt auf jeden Fall hier zu einem Treffen auch, weil es dem ein oder anderen einfach auch wichtig ist, die Dinge zu klären, weil man halt einfach zueinander gehört, weil man hier, ähm, fest verankert auf, äh, Seelenebene miteinander ist, aber hier halt eben noch dieses eine Thema dazwischen ist, was geheilt werden muss, und, ähm, auch wird, weil wir haben auch hier schon das Treffen, wir haben die feste Verankerung, wir haben auch hier die Königin der Münzen, das steht einfach auch, ähm, ja, es kann ein Indiz dafür sein, ähm, dass einer von euch beiden einfach ein Ehrzeichen ist und sehr wohlwollend ist, ähm, in der weiblichen Energie, es kann aber auch einfach von den Eigenschaften her bedeuten, dass es hier um mehr geht, ja, als nur um, um Sex oder um eine Affäre, oder, ähm, nur, dass ihr zwei Menschen einfach auch füreinander bestimmt seid, einen langen Weg miteinander zu gehen, einen ehrlichen Weg miteinander zu gehen, aber noch nicht alle Ehrlichkeiten, ähm, ausgeräumt sind, weil hier der eine oder andere einfach noch hier einiges an Verletzungen hat, die natürlich, ähm, äh, im Weg stehen, um jetzt hier wirklich eine liebevolle Beziehung zu leben, aber, ähm, ganz klarerweise, egal was hier passiert ist, das sehe ich jetzt hier natürlich nicht, ganz klarerweise ist es, aus der Trennung geht es nur raus, wenn man die Chancen und Möglichkeiten jetzt wahrnimmt, in die Handlung zu gehen und aktiv ein ehrliches Gespräch sucht und halt eben auch nicht, ähm, durch, durch die Blume hier versucht, jetzt ein Gespräch anzuleiern, weil das wäre dann wieder falsch und der Luke sozusagen, ja, hier mit den Fünfterstäben, das würde ja dann aus dem Ego herauskommen, na gut, dann suche ich halt das Gespräch mit der, Hauptsache, äh, mein, Hauptsache ich bekomme wieder das, was ich will, darum geht es halt eben nicht, weil das ist ja dann wieder dieses Verhalten hier, sondern halt wirklich, ähm, aus eigenem Interesse halt auch ein klärendes Gespräch zu suchen, man weiß einfach dadurch selber besser, wo man steht, weil jetzt aktuell steht derjenige, um den es hier geht, bei der Legung, irgendwie in einer Sackgasse, der hängt irgendwie energetisch fest, da geht gerade nichts weiter und das ist natürlich Gift, aber ich sehe auch schon hier das Treffen, weil man hier sich um Klärung bemüht. so den Stein, den ich jetzt gerade gezogen habe, der den einen oder anderen hier unterstützen kann in diesem Prozess, wenn er mit diesem Orakel in Personanz geht, das ist der Aventurin, der steht nicht nur für Optimismus, er steht auch für Positivität, er steht für innere Erholung und Ruhe, das haben wir ja auch hier mit den vier der, ähm, Schwertern, das ist eine, eine, eine Energie, wo auch der Erholung dient, vielleicht hat es hier ordentlich gerappelt, geknallt, es gab vielleicht einen ordentlichen Streit, ähm, wäre sozusagen auch erklärbar hier mit den beiden Karten, weil es sind beides, ähm, so Streitenergie-Karten, natürlich zwar aus dem Gefühl heraus durch Verletzungen entstanden, aber mit, solange diese Verletzungen halt da sind, kann halt auch keine Liebe und Harmonie entstehen, deswegen hat es hier gerappelt und gekracht, ähm, und deswegen ist der Stein hier an dieser Stelle auch unterstützend, dass man sozusagen auch hier, ähm, nur durch den Rückzug auch erstmal, dass einem auch was bewusst wird, ja, weil Rückzug und Kontaktsperre oder Kommunikationsstille bedeutet ja auch immer die Möglichkeit, über gewisse Dinge nachzudenken und hier habe ich halt den Hinweis auch, ähm, dass einem hier durch diese Stille, durch dieses Nachdenken auch bewusst wird, dass man hier aus der Verletzung herausgehandelt hat, ähm, ne, vielleicht hat man den anderen sehr, sehr, sehr verletzt durch irgendetwas und, ähm, das wird einem jetzt bewusst sozusagen und dadurch kommt man dann auch wieder in den Optimismus, hey, wenn ich mich wirklich, äh, klar und deutlich entschuldige, beziehungsweise meine Position klar mache und vor allem, dass man es auch versteht, warum man so gehandelt hat und ich meine jetzt nicht dieses Verstehen aus dem Kopf heraus und sich einfach, äh, oberflächlich entschuldigt, sondern dass man sich wirklich reinfühlt und einem hier halt bewusst wird, dass man aus dem eigenen Schmerz herausgehandelt hat und jetzt eigentlich nur eine logische Konsequenz daraus zieht und dazu steht tatsächlich auch, ja, ohne sich hier was schönzureden oder sich hier was einzureden oder sich einfach nur wegzudrehen und, äh, weiterhin wütend zu sein, denn genau diese Wut steht ja auch für die Trennung, ja, äh, wenn nicht in Bezug auf den Herzensmenschen, dann zumindest, äh, bei sich selber und deswegen ist es hier wichtig, dass man wieder in eine liebevolle Energie kommt, in eine liebevolle Frequenz kommt, indem man, ähm, ja, raus aus dem Schattenthema kommt sozusagen und, ja, wieder rein ins Fühlen kommt, denn nur wer im Gefühl ist, kann auch hier fühlen, warum, wieso, weshalb und, äh, um genau diese Energien geht es. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir hier weiterhelfen konnte und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra.